Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Autos Bissmann. Willkommen in diesem sofort lieferbaren Ford Car Ambiente Euro5 mit Start-Stop Technologie. Die Komfortausstattung umfasst eine Klimaanlage, ein CD-Radio MP3 fähig mit Augsanschluss, die Servolenkung von innenverstellbarer Außenspiegel, ein Bordcomputer, das Innendekor weiß und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Kopfstützen hinten, eine umlückbare Rückbank und Fußmatten. Die Sicherheitsausstattung besteht aus zwei Airbag, ABS, Servolenkung und einem platzsparenden Reifenreparatur-Set. Auf Wunsch bieten wir bis 5 Jahre Garantie. Eine Finanzierung ermöglichen wir bis 84 Monate, auch ohne Anzahlung über unsere Hausbank. Ältere Fahrzeuge nehmen vegan in Zahlung. Bei uns können Sie auf die Inspektoren warten und dabei Autofilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Wir haben neue Öffnungszeiten, jetzt auch Samstags bis 17.30 Uhr geöffnet. Übrigens berechnen wir keine Überführungs- oder Reinigungskosten. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service. Da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch Samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Autohaus Wismar. Tschüss! Besucht uns doch mal im Autohaus Wismar. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020